So, wie schon am Anfang gesagt haben, aber es sind vielleicht neue Gäste wieder zugekommen. Eine CD gibt es von den Eisackthaler Tanzlmusik seit zwei Jahren. Übrigens, sie waren noch sogar mal im Fernsehen, sonntag, wer es zufällig gesehen hat, im Bayerischen Rundfunk. Eine schöne Aufnahme mit der Sonja Weisensteiner. Aber zurück zur CD. Ein Titel aus dieser CD, das heißt, Grüße aus Südtirol, aber in dem Fall der Titel Freunde fürs Leben von Matthias Rauch, ein Contitolo del Nostro CD Inciso Dujanifa. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Musik